Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mittelerde, Schatten des Kriegs Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die fantastischen Menschen die das letzte Video bewertet haben Wir sind hier stehen geblieben und wir folgen immer noch der Spur des Ork-Kommandantens und mal gucken, ob wir den jetzt finden Also, düsen wir mal los So ruhig, oder? Viel zu wenig Geschrei, viel zu wenig Blut viel zu wenig Menschen und Orks Was ist hier los? Ich dachte, wir wären hier auf einem Schlachtfeld Diese Stille Okay, wir hören ein bisschen was in der Ferne und wir sehen Rauchschwaden Na dann, ab in die Geisterwelt So, dann schauen wir mal Können wir ihn sehen? Können wir ihn sehen? Hier drüben ist er Luga Luga der Wächter Das hast du schön gesagt Das hast du sehr, sehr schön gesagt Und ja, die Untertitel sind an Jetzt hat's funktioniert Keine Ahnung, was das in der anderen Folge war Ich will alles töten Ich bin so jemand, ich steh darauf die abzustechen Das hat irgendwie so ein extrem befriedigendes Gefühl Warum taumeln die denn so? Seid ihr besoffen? Oder verwundet? Naja, deine Männer Schmelzen dahin Wie Butter in der Sonne Oh, Luga ist zu weit weg Okay, Entschuldigung, Entschuldigung Ich geh ja wieder hin Ich geh ja wieder hin Wusste ich nicht Ich dachte, ich könnte hier ein wenig rummeucheln und mich austoben Aber es geht anscheinend nicht Ich hab gesehen, es gibt auch wieder Skills zum Leveln Also Fähigkeiten, die man da lernen kann Aber Was ich gar nicht sehe Ist ein Balken für die Erfahrungspunkte Ist jetzt noch gar nichts gesehen Ich achte jetzt mal hier auf den Normalerweise bringen hier die Kills was Wo wollen die denn alle hin? Und Ich hab nichts bekommen, oder? Ich seh meine Lebensenergie Ich seh meine Munition Hm Ja, wir können klettern Ich weiß Wir sind doch besoffen, oder? Bam Die Kehle aufgeschlitzt Okay, der Geistert irgendwo da hinten rum Na gut, gehen wir mal nach oben Genügend Gegner hier Ach, die beiden noch Okay, die beiden noch Halte Ausschau nach Überlebenden in den Ruinen Das ist die Siegesfeier Das hier ist die Siegesfeier Bam Der eine sitzt hier unten Checkt null Tja Pech, Bruder Pech Aber wie kann es sein Dass ich jetzt wieder hier so wenig Fähigkeiten habe Das ist der Grund, weshalb wir hier sind Die Stadt ist nur ein Hindernis Zwischen uns und ihm Findet den sehenden Stein Und übergebt ihn direkt an mich Mit ihm erobern wir Mittelerdemänner Dankeschön Kann es sein, dass die Steuerung Immer noch identisch ist? Ah, hier drüben liegt aber nichts Wo wir verwenden können Ein bisschen Metzeln Na gut Ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen was erleben, oder? Jungs Ich bin da Ein Mann Gondor hätte mehr Verstärkung schicken sollen Das ist unsere Stadt, Menschling Du kommst zu spät Ein Mann, aber ich bin ganz, ganz besonderer Mann What? Lady aus dem Weg Lady, nein Ich arbeite alleine Wow, 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 wow Oh Gott, ich kann wirklich gar nichts Oh, das geht Das geht anscheinend Ein paar Dinge gehen dann doch, wie es scheint Junge Dame Ich arbeite normalerweise alleine Ah, ich brauche unbedingt schnelle Hinrichtung Alles klar, der ist tot Er ist nicht tot Mit dem Hammer drauf Klopfen Okay, das ist auch neu Lady Immun gegen Beschuss Klar, natürlich Das ist meine Beute Oh oh Ja, ein bisschen anders ist es stellenweise dann doch Der Move eben gerade Na, beeindruckt Ja, ich weiß Der Waldläufer Genau richtig Der Waldläufer Nicht irgendeiner Ausrüstung So, wir bekommen anscheinend auch wieder die Runen Und wie es scheint Haben wir auch ein Inventar Und jedes Mal, wenn wir einen mächtigen Gegner besiegen Als so ein Hauptmann Dann bekommen wir so ein Ding Wer den ersten Teil nicht kennt Obwohl, hier scheint es ein bisschen anders zu funktionieren Schauen wir mal rein Ach, jetzt bin ich hier gelevelt Es gibt keine Runen mehr Ausrüstung wechseln Okay, man kann auch die Ausrüstung wechseln Ah doch, es sind Runen Aha Okay Aber nicht mehr ganz so wie früher Okay, ich habe eine komplett andere Waffe, sehe ich gerade Es sind doch keine Runen Gibt es Runen? Schwerter Dolche Bögen Sogar die Rüstung Wächterrüstung Und Mein Umhang hier Okay, keine Ahnung, ob es auch Runen gibt So wie damals Wir gehen hier mal auf Inventar Ne, bis jetzt zumindest noch nicht Aber es gibt besondere Waffen Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten Wie viele wart ihr? Nicht genug Mina Sittil steht noch Uns droht der Verlust der Mittelstadt Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können Ich werde dir folgen Warte Wie ist dein Name? Idri Talion Versuch Schritt zu halten, Talion Wir haben schon genug Männer verloren Irgendwie gibt es jetzt in jedem Spiel so eine überkrasse Frau, oder? So eine, die dann sagt Yo, du Weichei Mal sehen, ob du mit mir mithalten kannst Denn ich bin so derbe krass Dass mir ein Penis gewachsen ist, als ich Orcs getötet habe Moment, ich nehme hier noch einen Schwall mit Wollte ich gerade sagen Muss man doch näher ran Aber ja, wie gesagt Man muss halt nichts mehr drücken Da will ich gar nicht hoch Ich bin immer noch so ein Flummi Der überall kleben bleibt Orcs vernichten Orcs vernichten Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir Gern geschehen Ah Mit der neuen Klinge Metzeln wir sie nieder Ich freue mich schon so, wenn ich Fähigkeiten wieder besitze Au Alter Junge Ich brauche ein bisschen Lebensenergie Oh, die rennen weg Süß Sehr, sehr süß Und wo rennt sie schon wieder hin? Hier drüben lang Was war denn das eben gerade? Was kam denn da eben gerade vom Himmel gefallen? Die nächste Welle Ein Mann bringt Die Wände Jungs, ich habe euch hier ein bisschen geholfen Aber ich muss weiter, sorry Die Dame hier, die legt ein Mordstempo vor Wow, beeindruckend Wie die hier noch so ein bisschen quatschen nebenbei, ne? Um sie rum Gegner horden Orcs, die sie häuten wollen Und die so, ja, es sieht nicht so gut aus Nee Kaffee ist schon seit Wochen alle Ja, Kaffee ist wichtig Am Kaffee, da kannst du nicht sparen Ey, die wetzt hier durch Lady Was ist das hier? Der Hauptmann Die haben auch Ränge Was hat die für einen Rang? Sieben? Oder vier? Ach nee, gar kein Rang Okay Alles klar, die nächste Welle, Orcs Ich habe so wenig Energie Für den Bogen Also für den Fokus Beim Bogen Ich bin dein Ende Einfach durchrennen Einfach durchrennen Einfach durchrennen Hey, Kumpel Aus dem Weg Alles klar, dann erledigen ist mein Ding Da habt ihr genau den richtigen Mann Für den Scheiß Schaut mich an Ich schlachte und meuchle mich hier durch Total die Maschine Alter, der hier ist aber ganz schön robust Oh, sorry, Kumpel Wenn ich im Blutrausch bin Dann sollte man mir besser aus dem Weg gehen Denn das kann ganz schnell Ganz, ganz böse enden Oh, da brennt jemand Nicht schlecht Alter, wir können sie in die Flammen stoßen Reintappen Da bin ich doch dabei Flambierte Orcs Das ist immer gut Schnell Durch das Tor Bewegung Was tust du da? Ich komme nach Geh Lass die Schützen Unterstützung geben Natürlich Heftiger Angriff Okay Gedrückt halten Wow What? So was kann ich? Oi, 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 oi Oh, holy shit Was? Ich habe doch geblockt Und so beginnt das Erneut Okay, letzte Chance Ich weiß, wie das geht Ach, diesmal muss man ja gar nichts mehr reinlenken Konnte ich den eben gerade nicht blocken Damit man die Fähigkeit lernt? Oder ist das eine Ausrede von mir? Für mein Versagen Ne, guck mal, die hier Die kommen gar nicht zum Angriff Wenn ich sie blocken will Also, den hätte ich schon geblockt Nice Richtig nice Boah, stellenweise leben die noch Das ist ein echt mieser Tod Ein verdammt mieser Tod Die Mittelstadt ist verloren Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt Doch wir konnten sie nicht halten Dann entscheidet sich unser Schicksal hier Der innere Wall ist der stärkste Und wir haben genug Schützen Wir sind den Ork sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen Ja, mussten wir Geh zur großen Halle Sichere die Relikte Ich gehöre hierhin Sorg dafür, dass sie heilen, Hennet Anunan kommen Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idril Wir müssen schützen, was uns kostbar ist Um jeden Preis Ja Das ist ein Befehl Dann werde ich ihn befolgen Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall Ein Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr werdet alle tot So ist es auch Wenn du gekommen bist, um Minas Idil zu verteidigen Dann melde dich bei Hauptmann Baranort Ich will nicht eurer Armee beitreten, General Ich suche den Palantir Er muss beschützt werden Beschütze die Stadt Dann ist auch der Palantir sicher Allerdings Attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten Ja Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist Die Männer sind versammelt, General Oh, okay Jetzt gibt es hier ein bisschen was Sogar ein bisschen Geld Alles klar, alles klar Gut, gehen wir mal ins Charaktermenü Hier gibt es richtig viel Zeug Hier unten sehen wir Dinge, die wir durch die Geschichte erlernen Dann Kampf, Räuber, Fernkampf, Geist, Reiter So, wir müssen anscheinend das hier lernen, oder? Ich muss, ja? Ich muss Ich darf gar nichts anderes erlernen Ich muss das hier erlernen Die Stadt ist schwach Und sie wird nicht mehr lange halten Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen Kastamir hat recht Schützen wir die Stadt Schützen wir den Palantir Sie? Die Türme tragen sein Zeichen Diese Türme gehörten einst mir Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordaans hinaus Er verhöhnt mich Sie sind sein Augenlicht Nicht ohne den Palantir Also Die Belagerung Okay 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 Hier sehen wir die Karte Hier sehen wir uns Ausrüstung, Fähigkeiten Dann Wegpunkt festlegen Das scheint hier die Mission zu sein Die Augen Saurons Dann hier drüben Unbekannte Hauptmänner Ereignisse Jede Menge Stuff Wir werden seinen Griff um Minasity lösen Wir werden das Blatt wenden Alles klar Dann wenden wir mal das Blatt Wenn wir es hinkriegen Das bedeutet Wir müssen erstmal hier nach oben Und wir brauchen wieder jede Menge Informationen Informationen über alles Kann ich eigentlich hier runter? Ist das drin? Alles klar Der Mann springt da eiskalt runter Naja Das war ja schon immer so, oder? Wow Die Fähigkeit Die Fähigkeit habe ich auch Die Heldie sind bloß dunkle Schatten Des Palantirs Doch wir können Saurons Macht Gegen ihn verwenden Die Türme könnten unsere Augen sein Wir läutern sie Und nehmen sie ein Alles klar Diesmal läutern wir die Türme Aber selbes Prinzip Alles was verloren ging Und alles was verloren sein wird Wenn sich seine Verderbnis ausbreitet Okay, so sehen wir auch die ganzen Geheimnisse Perfekt Ach, jetzt kann ich mich hier live umgucken Ich gucke die ganze Zeit den Bildschirm an Und denke mir so Hä, was ist da los? Ah, das ist ja mal cool Das ist ja mal richtig cool Ach, die müssen wir selbst finden Coole Idee Das gefällt mir Wir nähern uns einem Geheimnis Irgendwas hier drüben Können wir auch ranzoomen oder so? Der Brunnen Ah, jetzt Okay, ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig Aber keine Sorge Wenn wir das dann erstmal alles Ein paar Mal gemacht haben Dann geht das Wie aus dem Nichts Aber ich muss ja auch erstmal so ein bisschen Die Steuerung Und die ganzen neuen Gameplay-Elemente kennenlernen Irgendwas ist noch hier drüben In die Richtung Hier so, da so Er wird kleiner Ah, hier Ein Hügelgrab Geschützt vor Saurons blicken Dort wirst du sehen Warum wir meinen Ring Retten müssen Okay, wir müssen den Ring retten Oberste Mission Und dann haben wir noch irgendwas Hier in der Richtung Hier drüben Gut Alles gefunden Schon cool Schon wirklich sehr cool Nette Idee So haben die Türme auch mal Eine richtige Funktion Okay Nebenmission Sollen wir alles machen Was meint ihr? Ich meine Beim letzten Mal Habe ich ja auch wirklich So gut wie alles durchgezogen Wow, Junge Hey, wie geht's? Na? Moin Was macht ihr so? Soldaten foltern? Ihr Schweine Au Lumpenpack Zack Okay, der Angriff dauert Aber auch irgendwie Ziemlich lange Um ihn auszuführen Jetzt haben die anderen Angst Ach, ist das süß Niemand schlägt hier Irgendjemand von der Seite So Die Soldaten wurden gerettet Okay Wo wollen wir hin? Wir gehen mal auf die Karte Also Die nächste Mission Das nächste große Ding Wäre hier drüben Oder wir holen uns Ich kann glaube ich aber auch Noch gar niemanden versklagen Oder? Ich kann dir zeigen Wie du Mordor eroberst Solange Gondor dadurch sicher bleibt Ich glaube wir sollten Erstmal ein bisschen Die Story weiterspielen Damit wir überhaupt Die ganzen coolen Fähigkeiten Bekommen Alter Er kloppt sich da runter Okay, den Sprint haben wir auch Den musste man damals nämlich erlernen Ein bisschen was ist also doch noch hängen geblieben Ich kenne diesen Ort Ich kämpfte hier vor langer Zeit Er scheint nun ruhiger So Das hier scheint die nächste Story Mission zu sein Schatten der Vergangenheit Schatten der Vergangenheit Das alte Lagerhaus Okay Das uralte Hügelgrab Von Celebrimbor Schauen wir mal Was da unten lauert Wenn in Mordor Irgendein Ort Vor Sauron sicher ist Sind es diese Hügelgräber Zeichen dessen Dass selbst die Macht Des dunklen Herrschers Ihre Grenzen hat Okay Hier sind wir also sicher Unten in den Gräbern Und wir dürfen hinein In die Geisterwelt Können wir hier durch Nein Niemals Aber hier drüben sehen wir jetzt eine Tür Ein Durchgang Schick Wirklich Sehr sehr schick Vor langer Zeit Marschierte meine Armee Gen Mordor Wir begruben unsere Gefallenen Hügelgräbern Wie diesen Unsere stärksten Krieger Ruhen in diesen Hallen Geschützt durch Mächtige Magie Und wir nutzten All unsere Künste Um die Kräfte der Elben In der Schlacht Einsetzen zu können Und du hattest den einen Ring Ja Und mit ihm schuf ich eine Armee Ich führte den Sturm In Sauran an Cool Neue Fähigkeit Elbenwut Ach ja stimmt Ja stimmt Ja stimmt Ja wir können ja auch Mit ihm hier die Elbenwut machen Kennt man ja aus dem DLC Kann ich das bereits einsetzen Als Sauran seinen Verrat entflogte Erhob ich die Waffen In meinem Zorn war ich entschlossen Ihn für seine Täuschung zu bestreifen Okay warte mal Warte mal Warte mal Hier oben sehe ich sogar Eine Zeit Wir brauchen den vollen Zorn Aber wo sehe ich Meine Zorn anzeige Ich brauche Zorn Jede Menge Zorn Noch geht hier keine Elbenwut Zack Und den nächsten Wahrscheinlich muss ich Eine lange Kombo hinkriegen Und wir metzeln Und wir metzeln Und wir metzeln Oh Oh Cool Der braucht schon Talion Und kann ich die Wut einsetzen Töte Feinde Um Zorn zu erhalten Bin dabei Er ist deutlich Geschickter als Talion In seinem jetzigen Zustand Und da kommen weitere Ich habe eine 40er Kombo Oh jetzt dreh ich durch Und meine Kombo wurde beendet Alter Okay ich habe es Nein ich habe es immer noch nicht Ah jetzt sehe ich die Anzeige hier drüben Ich war so benebelt Jetzt können wir es machen Und ich habe es auch noch geschafft Bevor das Limit hier vorbei ist Wow Wow Die Elbenwut ist ja noch krasser Alter Bitte 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 Gib mir diese Fähigkeit Die ist ja noch geiler als im DLC Ich schwarzla. Ich schalte dich Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Wir brauchen diesen Ring. Und ich brauche diese Elbenwut. So, wir haben alle Ziele mitgenommen, oder? Yo, wir bekommen Gold. Was bekomme ich dafür? Ein Diamant? Schatten der Vergangenheit. Der Ring bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Leider. Okay, Juwelen. Juwelen können in einem Ausrüstungsplatz platziert werden, um Boni zu erhalten. Okay, Juwelen sind also so ähnlich wie die Runen dann, wie es scheint. Schauen wir mal rein. Ich habe ein Juwel. Aber wo kann es hin? Aha, aha. Okay, gedrückt halten. Freischalten. So. Und jetzt können wir hier Kraft, Vitalität, Wohlstand. Okay, was bringt mir denn hier so eine Wohlstandsgeschichte? Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Und sogar noch Verbesserungen. Aber die sind im Moment noch nicht verfügbar. Was es hier alles gibt. Was es hier alles gibt. Tausend. Ach, du heilig. Ich habe 600. Okay, wir brauchen ganz, ganz viele von diesen Münzen. Leute. Aber das war es jetzt erstmal hier wieder mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Danke fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen für mehr. Mittelerde. Schatten des Kriegs. Ich will immer noch Mordor-Schatten sagen. Keine Ahnung. Warum? Macht der Gewohnheit. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.